Werde Ärztin der neuen Zeit. Ärztinnen der neuen Zeit gehen ihren eigenen Weg. Ärztinnen der neuen Zeit folgen der Wahrheit. Ärztinnen der neuen Zeit lassen sich nicht unterdrücken. Ärztinnen der neuen Zeit machen eine Medizin, die ihren Vorstellungen entspricht. Ärztinnen der neuen Zeit sind unabhängig. Ärztinnen der neuen Zeit sind glücklich. Ärztinnen der neuen Zeit sind Gliederinnen. Komm jetzt in mein Gruppencoaching und starte 2021 mit mir in deine neue Zukunft. Werde Ärztin der neuen Zeit.